Servus Leute, es steht wieder ein mega Event an und das habe ich persönlich auch noch nicht erlebt und zwar ist es der Erfolgskongress 2017, wo wirklich sage und schreibe über 50 Experten bei diesem Online-Kongress, bei diesem Online-Event antreten und das sind wirklich die absolut besten Leute aktuell im Online-Marketing und wenn es darum geht, ein Online-Business aufbauen. Ja, du siehst, das Event findet zwar erst vom 14. bis 28. Januar 2017 statt, wenn du hier noch ganz schnell bist, kannst du noch ein kostenloses Ticket dir ergattern, danach wird es entsprechend kostenpflichtig und du siehst auch hier schon, wird von Thomas Klusmann, dem Gründer von Gründer.de ins Leben gerufen, der Kongress. Auf erfolgskongress.de kannst du dir entsprechend das Ganze hier nochmal anschauen und hier siehst du erstmal die Speaker, das ist wirklich die Creme oder Creme, die hier auftritt, Alex Fischer, Alex Masi, die sind alle bekannt, Benedikt Ahlfeld von ehrliches Online-Marketing, Björn Tantau, Online-Marketing-Facebook-Spezialist, Christian Költringer, der Lead-Generierungsexperte, Daniel Dudek, Persönlichkeitsentwicklung, Detlef D. Soest kennt nun wirklich jeder, Enrico Schütze, Dirk Kreuter, einer der bekanntesten Vertriebsexperten. Dann geht es hier weiter in die Richtung Nischenseiten, Flo, Marco und Amazon FBA bekannt, Gunnar Kessler, einer der erfolgreichsten Online-Marketer im deutschsprachigen Raum. Dann haben wir hier Chris Stelljes mit mittlerweile über 50.000 YouTube-Abonnenten, Laura Geisbüsch, Mario Wolosch, Klicktipp-Gründer, also ist wirklich die absolute Creme oder Creme. Matthew Mockridge, der Podcast-Spezialist, Mirko Tum für digitale Infoprodukte, Oliver Schmuck, Kundengewinnung über das Internet, Pascal Pfei, ganz bekannt, mehrgeschäft.com, Ralf Schmitz, die Nummer 1 mehr oder weniger im deutschsprachigen Internet-Marketing, Rainer von Massenbach von Webinaris, Seid Schiripur, der Durchstarter im Internet-Marketing, Sam Henni von Swiss Made Marketing, Thorsten Wittmann, der Finanzexperte und viele weitere andere. Auch Tome Kaul ist hier auch ein MP3, Quatsch, MP3s habe ich schon, das auch, aber ein Podcast-Experte. Und hier siehst du dann entsprechend, das Programm wird erst im Dezember bekannt gegeben, aber bei diesen Top-Leuten ist das sensationell. Hier kannst du noch ein paar Kundenstimmen reinziehen von der Conversion-and-Traffic-Konferenz und ja, dementsprechend alle Informationen auf der Webseite. Ich kann nur sagen, ja, wenn du an dem Event nicht teilnimmst, an welchem Event dann? Also das ist wirklich das absolute Spitzen-Mega-Event aus dem Bereich Online-Business aufbauen. Also da solltest du auf jeden Fall dabei sein. So, ich habe den Tipp weitergegeben, melde dich an, solange du das hier noch kannst und ja, danach auch kostenpflichtig. Ich wünsche dir viel Erfolg, nimm auf jeden Fall daran teil, es wird sich auszahlen. Viel Erfolg, alles Gute, dein Christian Weckler. Ciao, ciao.